Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Persona 5 Strikers Gegenstände aufheben. Ja passt doch. Rostige Halskette. Ich kann auf jeden Fall einen Doppelsprung machen. Ich habe aber keine. Oh. Kann ich die einfach aufmachen? Okay, da oben ist was. Die sind scheinbar alle verschlossen und der macht es ja automatisch auch. Aha. Okay, nichts mehr drin. Ähm. Oh, da gibt es einen Fight, oder? Gib mir einen Fight los. Wer hätte das erwartet bei einer größeren Arena? Ich wurde bereit geborgen. Äh. Schusswaffen R1 während des Halten von L1. R1 während des Halten von L1. Mit Schusswaffen zielen. Wenn du mit L1 ziehst, kannst du mit R1 die Schusswaffe abfeuern. Jeder Schusswaffe trifft dann seine eigene Munitionsfrau. Und nach einem Kampf wird die Munition aufgefüllt. Machen wir. Machen wir. Klicken, sagen wir. Ja, ja. Ja, ja. Ein Problem mit Schusswaffen. Ich muss zugeben, die Musik ist fast schon ein bisschen verschwendet hier. Skills und passive Skills lernen. Personas können nach einem Kampf im Level aufsteigen. Die werden erhöhen sich und können neue Skills erlernen. Einige Skills werden automatisch aktiviert und müssen nicht aktiviert werden, indem du 1 hältst und X drückst. Okay, ich kann ihn noch nicht mal wählen, oder? Rennen, Angriff, Spezial, Springen. Nächster Kampf. Auch Gegner können Skills ansetzen. Wenn du einen Skillname beim Gegner erscheinen, will er den Skill einsetzen. Achte auf der Demgebung und Angriffe auszuweichen, um diesen Offensiv anzugehen. Nächster Kampf. Hä? Achso, der war schon weg. Jokar. Du willst das auf der Demgebung und Angriffen schenken? Jokar, du kannst das auf der Demgebung schauen, oder? Ja klar komm ich da hoch, aber ihr habt schon gesehen, dass da auch ne Leiter ist. Also, ich wär so oder so da hochgekommen. Nur mal. Um's anzumerken. Mehr Gegner! Hä? Langweilig. Mehr Gegner! Ja, ich will aber... Oh man... Na gut, machen wir mal was Morgana sagt. Irgendwas hat er vor. Ah. Äh, okay. Okay. Oh, das war schon. Du kennst eine neue Waffe. Okay, wir haben gewonnen. Nein, wir können da hoch annehmen. Mit einem dämlichen Auge. Welkommen tuste, alles. Wonderland. Oh. Ah. Ah. Lügt doch nicht. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich... Ja, warte mal. Warte mal. So wollte ich das. Warte mal. Warte mal. Oh, das ist eine dämliche Trugel. Oh, das ist eine dämliche Trugel halt auch. Oh, Garna ist ein Rat. Hä? Ah. Warte mal. Oh, was ist das? Oh, das ist eine Dämliche. Oh, das ist eine Dämliche. eine Person anzuhalten. Okay. Das ist auf jeden Fall nicht normal. Und ansonsten. Ah. Kann ich die dann einfach wechseln? Ren. Pixie. Werte. Kann ich die nicht aufleveln? Nee. Komm jetzt mal Pixie. Was kann die Zio und dir? Na, probieren wir es doch mal aus. Ah, warte. Eins müssen wir noch einstellen. Hier ist, glaube ich, die Musik ein bisschen zu laut. Config. Äh. Bäh. Hä? Daten. Tutorial. Config. Konfig. Hä? Ich kann aber auch eine... die Musik nicht ändern. Oh, ein Schwerer. Ah. Tiki-Ko. Ah. Oh. Ist das ein Pferd? Oh, ist das ein Pferd? Djokar. Sackgine Personas力. Mal probieren. Äh. Reins halten und Persona wechseln. Okay. Ich würde ja auch so kennen. Beim Persona wechsel werden auch die verfügbaren Skills und einige Sperren sind gewechselt. Ausgerüstete Persona wirkt sich auch auf seine Werte und Affinitäten aus. Wenn du ein wenig Übung im Persona wechseln hast, merke dir, welche Persona am Sinn zu wissen ist. Geh. Noch einen Folgeangriff auslösen. Niemals. Ah. Am Boden biken werden sie aber nicht sofort umgeworfen, so habe ich ein Schützsymbol. Geh. 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 Anvisieren. Ja, okay. Aber besser, wenn du nicht zuerst auf... Geh. 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 Unterstützung von Teamkameraden und die und an der Seite kämpfen können dich unterstützen in dieser Generation oder Buff-Skills einsetzen. Oh ne Maske! Jack O'Lantern! Ja stark! Das hab doch ihr gerade gemacht. Äh, außer das kann man mit einem Messer mal automatisch wiederherstellung. Äh, ja. Okay, bloß unsere SP sind komplett weg. Okay. Shibuya Bahnhof. Okay, ich bin wieder rausgekommen. Aber es ist noch nicht in der Welt. Es geht nicht. Ich weiß einfach so. Ich weiß nicht, dass ich hier rauskomme. Hey, Moment, Sophia! Was ist denn so? Ich weiß nicht, dass wir nachher kommen. Ist das hier so geil? Sog das hier rauskennen? Aber das ist es eher schmeckig. Hier kommt der erste Heitze. Wenn's das diese Musik sehr gelassen, dann kann ich den Weg nach. Ach so, wenn es das so schön gebrauchen ist, dann funktioniert es diese SMS wieder zu vertreib. Wir gucken uns wieder auf die Fenster, Es ist für alle, nicht so. Alles wo, 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 aber dann sah die raus. Alles klar. Hm, jetzt müssen wir uns nur die Geschichte der Sofía glauben. Hm? Du bist nicht mit uns? Ich... wie soll ich das tun? Das ist das Joker, Sofía. Ich weiß nicht, ob es hier ist. Es ist gefährlich, wenn man sich mit einem Schadern schlägt. Wo ist es? Ach so, ich weiß nicht. Oh, was ist das? Ich habe das Gefühl, dass du hier in diesem Ort bist. Alles klar, wir kommen mit uns zusammen. Komm her! Ich verstehe. Komm her! Dann gehen wir! Setzen! Es ist eine Wahrheit, oder? Ja, ich bin wieder zurückgekommen. Ich bin von Jail zurückgekommen. Jail? Wie ist das? Was war der? Was war der Sophie? Was war der Sofía? Ich hab mir gedacht, dass ich es so gesehen habe. Ich habe mir nicht gesehen. Hey, du bist der Sofía! Wenn du bist, dann kommst du her! Ich bin froh. Ich habe mich mit einem großen Geräusch. Ich habe dich gefragt. Ich habe mich gefragt. Ich habe den Sofía gehört. Woher habe ich gehört? Telefon. Hier, hier. Die Smartphone von Joker. Was ist das schwarze? Gut. Oh! Ich habe etwas rausgebracht. Hm? Du hast dich zwei zusammen gehalten? Du bist Sophia? Ja, ich bin. Ich bin. Ich bin. Wer ist das? Ich bin Mona. Ich bin Mona. Ich bin ein Kind. Du bist? Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich habe gesagt, was du nicht? Ich bin. Warum sind die Smartphone? Warum? Ich bin AI. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin, das ist ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Wir haben das. Wir haben mit ihnen gefragt. Was ist das? Das ist das. Das ist die Menschen. Das Geräusch ist ein Morgana. Das ist ein AI, also habe ich in diesem Smartphone gewechselt. Das heißt, dass ich dort leben. Es ist eine große Sache, aber es ist eine große Herausforderung. Kannst du auch hier kommen? Haha, ich habe keine Kraft mehr. Insofern bin ich hier wieder zurückgekommen. Ich bin sicher, dass du dich nicht so gut verletzt hast. Na, was du in diesem Gegend verletzt hast? Du hast es in der Tat. Ich weiß nicht. Aber ich kann nicht mehr als normaler Mensch sein. Das ist so. Aber wenn du in der Tat so schaffst, dann kannst du dich nur wieder holen. Das ist so, dass du dich nicht so schaffst. Das ist so, dass du dich nicht so schaffst. Ah, Shadow. Und jetzt? Ich glaube, dass ich wieder etwas zu tun habe. Ja, das stimmt. Ich denke, dass es hier nicht so ist. Ich bin jetzt mit Rubran. Ich muss jetzt nicht entscheiden, was ich machen. Was ist denn? Ich bin hier nicht gekommen. Wenn ich hier bin, habe ich viel zu tun, aber... Ich erinnere mich. Ich habe keine Reaktion. Ich weiß nicht, dass ich die Reaktion von diesem Smartphone rauskriege. Ich helfe! Also, wenn ich alle zu erzählen, wenn ich Sophia bin, dann geht es schnell. Ich weiß nicht, ob sie wie ein Charakter ist. Ich weiß, ob sie auch wie ein Paras ist. Wenn du sagst, dass du ein Stückchen von der Kaltkarte gemacht hast... ...heuer? ...heuer? Es gibt viele verschiedene. Du bist mit dir und du möchtest. Hm... ...und... 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 Es klingt verrückt, aber es stimmt. Es klingt verrückt, aber es stimmt. Es klingt verrückt, aber es stimmt. Es klingt so gut, aber es klingt so gut, dass du die Sofie mit dir kennengelernt hast. Du bist jetzt mit dir zusammen? Ich würde dir nicht sprechen, oder? Ja, das stimmt. Die Sofie ist eine Erklärung. Ich werde auch die Sofie mit dir erzählen. Gehen wir mal, Sofie. Gut, die Antwort. Und jetzt? Ich bin ein Geist. Ich bin ein Geist. Ich bin ein Geist. Ich bin Sophia. Sie sind eine ... so viele Bein ... Das ist doch ... Sie sprechen wirklich. Es gibt es einen Geist. Sie sind viele Geist. Ich habe den Geist. Ich habe es geschafft! Das ist... Das ist ein sehr schönes Design. Ich fühle mich in der Leidenschaft und die Kraft. Und da? Das ist Sophia. Das ist gut. Wow! Heee! Das ist eine sehr technische AI. Das ist eine sehr technische Technologie. Na? Wie gesagt. Wollte ich euch etwas vorstellen? Ja, ja. Ich bin der erste Freundin. Ich bin Nijijima Makoto. Bitte, Sophia. Ich bin Okumura Haru. Ich bin ein Hochschule, aber ich habe auch in der Arbeit. Ich bin Takamaki An. Ich bin seit 3 Jahren als Modelle. Ich bin Kitagawa Yusuke. Ich bin die Welt der Welt. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin Sakura Futaba. Ich bin noch eine Kommissar, aber... Bitte, bitte. Ich bin nervös. Ich bin nicht nur eine Kommissar. Ich bin nicht mehr ... Was ist das? Ich bin Sakamoto-Ryuji. Ich bin Morgana und ich bin... Ich verstehe. Ich verstehe. Das... Das ist wirklich ein AI. Ich glaube. Kannst du den Source-Code sehen? Oh, ich sehe! Ich sehe! Ich sehe! Ich sehe! Ich sehe! Ich habe mich sehr gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr als ich. Um, was hast du in der Welt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich nicht mehr als Mensch. Was ist das, was ich? Das ist schwierig, oder? Ich habe mich nicht mehr als Deta-Clash-Klash-Klashen. Das ist nicht möglich. Ich habe mich aus dem ganzen Tag. Das war's für heute. Ja, du bist so, Sophia. Ich war auch so, als wir sie mit den anderen kennengelernt haben. Das tut mir leid. Ich bin auch so, Sophia. Jetzt ist das nicht so. Genau. Wir wollen uns zurück in die Geschichte des Parais. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das? Ich habe es versucht, die E-Mail-Navi zu verwendet. Aber das ist schon weggegangen. Ich glaube, das ist so. Und dann ist das, was er. Das ist das, was er. Das ist das, was Emma? Oh, was er ist das? Oh, was er ist das? Was ist das, was er, wie ein E-Mail-Navi-Navi-Mail-Navi-Mail-Mail? Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Was ist das für eine Aussage? Wir haben ausversehen, dass Emma Passwort von alles eingegeben ist. Das war doch Absicht. Na, naja, Emma ist eine jahre App. Aber wir können einfach nicht installieren. Wir können nicht einfach uninstallieren. Wir können nicht nur die E-Secai-Navie öffnen. Und wir müssen noch ein bisschen interessieren. Im Moment. Er hat sich nicht die E-Secai-Navie zurückgebracht. Die E-Secai-Navie ist ja nicht so zu sein. E-Secai? Ich weiß nur was, dass das hier so angekommen ist. Aber ich habe das, was ich nicht. Ich weiß aber, wie es das, die Paläste oder die E-Secai-Navie öffnen. Ich habe das nicht überrascht. Ich habe das nicht überrascht. Ich habe das nicht überrascht. Man muss nicht aufpassen, wo es sich nicht verhindert. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich kann das nicht glauben. Das heißt, ich glaube, ich glaube, das ist gut. Aber ich glaube, wenn ich in den gleichen Weg bin, ist das okay? Wenn ich mich wieder verlete... Ich glaube, wenn ich in den Weg bin, dann bin ich nicht da. Wenn ich in den Weg bin, dann bin ich da. Dann... Ich glaube, morgen bin ich wieder zurück. Okay, das ist alles klar. Hihihi! Ist das okay, oder? Haha, äh, wahrscheinlich. Die Hände sind sicher. Aber... Das ist das, oder? Ich hab' so vieles Nachtwahrer gemacht. Ha! H-Hm, was? Wie war's? Wie wird das für die Kioto-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr? Äh, äh... Ja, genau. Es ist unbezüglich, aber es ist unbezüglich, ja? Oh, du wirst nicht in der Welt! Du wirst diesen Hauks geben! Nein, der Welt ist nicht in der Welt. Wenn du in der Welt bist, hast du es in der Shadow. Hey! Fum, fum, okay. Was? Verdammt? Nein, aber hier ist... Wow, was ist das? Was ist das? Man und Sophia echt richtig auseinander. Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht, aber... Was ist das? Nein, das ist das! Sophia ist ein Super-AI! Wenn Sophia in der Welt ist, Emma ist ein Owa-Kon. Owa-Kon? Was ist das? Was ist das, was Sie? Was ist das? Was ist das? Das ist ein bisschen vorherrscherz, das war ein Netzwerk. Ich verstehe. Das war's. Das war's. Ich verstehe. Wichter ist das, Wichter ist das. Wichter ist das. Wichter ist das, Wichter. Wichter ist das, Wichter ist das, Aber... Ich möchte noch ein bisschen nach Hause nach Hause. Wenn du was verstanden hast, dann 연락' an. Okay. Du hast die Augen und die Haut. Okay. Aber warum der lange, der komische Mantel, Alter?